Am Donnerstag, den 4.8.2022 um 3.24 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zu einem Brand auf dem Sprengplatz des Kriminaltechnischen Instituts der Polizei Berlin im Kronewald alarmiert. Bei Eintreffen kam es immer wieder zu Explosionen. Die Kräfte alarmierten daraufhin umfangreich nach und zogen sich aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zurück, um eine Eigengefährdung zu vermeiden. Es wurde ein Sperrkreis von einem Kilometer festgelegt. Auch die A-115 wurde gesperrt und der Bahnverkehr eingestellt. Es wurden unter anderem Hubschrauber, Drohnen, Roboter, Panzer und Wasserwerfer eingesetzt. Zwischenzeitlich waren fast alle Berufsverwehrwachen und freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der Einsatz dauerte mehrere Tage. Eine Brandausbreitung über den Sperrkreis hinaus konnte den gesamten Zeitraum über verhindert werden. Die Warnungen der Bevölkerung wurden am 10.8. zurückgenommen. Es handelte sich um den aufwendigsten Einsatz der Berliner Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.